Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe wieder eine interessante TYPO3 Extension für euch entdeckt und die schauen wir uns mal an. Anwendungsfall, ihr habt ein Formular für eure TYPO3 Website mit der Form Extension gemacht, also mit der System Extension. Und ihr wollt aber im Frontend den Empfänger dynamisch gestalten sozusagen, dass der Benutzer den Empfänger des Formulars per einer Auswahlbox, also einer Selectbox auswählen kann. Das hat man ja ganz oft, gerade in größeren Firmen oder wenn die Mail an verschiedene Abteilungen gehen soll, was auch immer. Und mit dieser Extension ist das recht einfach umzusetzen und die möchte ich euch jetzt mal zeigen. Wir gehen also mal auf meinen Bildschirm und ich habe hier die Extension schon im TER, also im TYPO3 Extension Repository geöffnet, ist die Dynamic Form Recipient vom Andreas Kießling. Lässt sich sehr einfach installieren. Wir sehen, die ist auch momentan verfügbar für TYPO3, 10 und 11, kann per Composer oder einfach über den Extension Manager ganz normal installiert werden. Wenn ihr es per Composer installiert, daran denken, hinterher auch einen Database Compare durchzuführen. Da werden, glaube ich, neue Felder hinzugefügt. Also das einmal machen. Ich habe das jetzt schon mal gemacht, die Installation. In meinem System ist das jetzt also schon drin. Ich arbeite jetzt hier mal mit TYPO3 L55. Das ist die Demo-Installation aus dem TYPO3 L11 Video Training. Und was macht jetzt die Extension? Zum einen fügt sie ein neues Feld hinzu, das ich dem Formular hinzufügen kann, also eine spezielle Selectbox. Zum anderen gibt es einen Datensatz, mit dem ich die Empfänger definieren kann. Das ist also der erste Schritt. Ich gehe jetzt mal hier in das Listenmodul und ihr müsst jetzt einen Ordner anlegen oder ihr könnt natürlich auch einen existierenden Ordner benutzen, das ist egal. Ich habe jetzt hier einen neuen Ordner angelegt, den habe ich jetzt einfach mal Formularempfänger genannt. Und da habe ich jetzt zwei Datensätze angelegt. Die könnt ihr ganz normal hier anlegen und ihr findet hier Dynamic Form Recipient, diesen Datensatz. Da habe ich jetzt mal zwei angelegt. Einmal an Darth Vader und einmal an Luke Skywalker. Gucken wir uns den Datensatz einmal an. Da kann ich das Label hier bestimmen und die E-Mail-Adresse. Mehr eigentlich nicht. Label ist nachher das, was wir auch im Frontend dann tatsächlich sehen in dem Formular. E-Mail-Adresse ist klar. An diese Mail soll das Ganze dann verschickt werden. Da könnt ihr jetzt beliebig viele solcher Datensätze anlegen. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht in euer Formular rein. Hier habe ich das Formmodul. Ich habe jetzt hier ein Standard-Kontaktformular, also ein ganz simples Formular erstellt. Und hier gibt es jetzt, wenn ihr dann ein neues Element hier erstellt, das hier Selectable Recipient. Das ist also neu. In meinem Formular habe ich das jetzt hier schon hinzugefügt. Und was ihr da machen müsst, ihr müsst hier die Seite definieren, wo die Datensätze liegen. Ihr könnt natürlich noch das Label hier anpassen. Also könnt ihr jetzt hier mal schreiben, Empfänger zum Beispiel oder Nachricht an oder was auch immer. Gut, wichtig, wie gesagt, hier die ID der Seite bzw. das Ordnungs hinterlegen. Könnt auch hier über diesen Record Selector gehen und dann die Seite hier auswählen, wo die Datensätze liegen. Das hier ist schon vorausgefüllt. Was ich auch empfehlen würde, was auch in der Dokumentation beschrieben ist, man sollte das Ganze hier auf Required setzen, damit nicht versehentlich das Ganze vielleicht leer ist, was auch immer. Das speichert ihr dann einfach. Und dann ist es wichtig, noch den E-Mail-Finisher anzupassen. Ich habe hier zwei Finisher im Einsatz. Einmal die E-Mail-to-Receiver, also an mich, an den Administrator, an den Website-Betreiber, was auch immer. Und E-Mail-to-Sender, das ist quasi die Bestätigungs-Mail an den Benutzer. Das ist optional. Das müsst ihr natürlich nicht machen. E-Mail-to-Receiver, das müssen wir jetzt aber bearbeiten. Und hier muss nämlich bei Recipients jetzt eine Variable rein. Das sehen wir hier. Dynamic-Recipient.E-Mail und bei Name Dynamic-Recipient.Label. Das muss hier ergänzt werden. Die anderen Einstellungen, die sind wie üblich. Man sollte das Ganze natürlich so konfigurieren, dass die E-Mail auch zuverlässig verschickt werden kann. Stichwort Spam-Protection und so weiter. Das ist aber ein anderes Thema, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Diese beiden Felder sind halt wichtig, dass das hier entsprechend angepasst wird. Ist auch in der Dokumentation der Extension beschrieben. Gucken wir uns nachher noch kurz an. Das Ganze dann also speichern. Und dann können wir uns das Formular auch mal im Frontend angucken. Ich habe das jetzt hier auf so einer Demoseite. Sieht dann so aus, dass ich hier dann also meine normalen Eingabefelder habe. Und hier unten eben diese Selectbox. Und hier sind jetzt die beiden Personen zu finden, die ich über diese Datensätze im Backend angelegt habe. Ich kann das jetzt also hier einfach mal ausfüllen. Ich gebe jetzt mal hier irgendwelche Fake-Daten an. Und lasse den Empfänger jetzt mal hier auf Darth Vader. Sagt dann Abschicken. Das Ganze ist bei mir jetzt lokal. Das heißt, ich arbeite hier mit DDEV. Und dementsprechend ist das TYPO3-System jetzt so konfiguriert, dass alle ausgehenden E-Mails in diesem Tool MailHawk landen. Da gehe ich jetzt mal rein und hier sind jetzt meine beiden E-Mails. Einmal die E-Mail an den Receiver, also an mich und an den Sender. Das ist die Antwort-Mail hier oben. Die interessiert uns aber nicht. Uns interessiert jetzt die hier. Und wir sehen jetzt, die geht von Max Muster an Darth Vader. Also hier die E-Mail-Adresse des Empfängers. Das ist also genau das, was ich wollte. Wir können das Ganze auch mal gegentesten. Ich gehe nochmal hier zurück auf die Seite, beziehungsweise lade es einfach mal neu. Okay, ich gebe jetzt mal irgendwas anderes hier ein. Und wähle diesmal als Empfänger aber Luke Skywalker. Abschicken. Gehen wir wieder in MailHawk rein. Dann sind die beiden Mails hier schon. Und jetzt sehen wir hier an Luke Skywalker. Also das funktioniert wunderbar. Ist sehr einfach einzurichten, die Extension. Das sind wirklich nur ein paar Schritte. Wie gesagt, die Empfänger Datensätze auf irgendeinem Ordner anlegen. Im Formular dann die Selectbox hinzufügen. Dort eben den Ordner hinterlegen, aus dem die Datensätze ausgelesen werden sollen. Und dann eben den Empfänger für den E-Mail-Finisher anpassen. Und das war es eigentlich. Werfen wir noch einen ganz kurzen Blick in die Dokumentation. Die ist nicht sehr umfangreich, weil es ist auch nicht viel zu tun. Da gibt es auch gar keinen extra Link hier. Ihr geht einfach hier auf Code Insights. Dann landet ihr auf GitHub. Und hier unten ist die Installation und Einrichtung nochmal beschrieben. Aber wie gesagt, das sind wirklich nur ganz wenige Schritte und ist sehr einfach einzurichten. Danke auf jeden Fall an den Andreas Kiesling für diese Extension, die auf meiner Liste landet von Extensions, die man sicher mal irgendwann brauchen kann. Ja, das war es mit diesem Video wieder. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen und vielleicht bringt dir das Ganze auch was. Lass es gerne mal in den Kommentaren hören, ob das für dich nützlich ist, ob du öfter schon so einen Anwendungsfall hattest. Würde mich mal interessieren. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Abonnier den Kanal, aktivier die Glocke. Du kennst die üblichen Sprüche. Und wir sehen uns in einem zukünftigen Video. Mach's gut. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.